Bosa hatten wir noch nicht gehabt. Okay, machen wir den Bosa-Ballon. Das ist aber das beste Spiel aus Mario Party 4. Ah, das ist so gut. Aber Bananenfarbe wollte ich haben. Nein, das ist Gold, das ist meine Farbe. Ja, Farbe. Du darfst Lila haben, das ist deine Farbe. Ich weiß noch nicht, ob ich Lila haben will. Oh, er mag sein Goda. Das war so klar. Und der Luigi-Schalter ist es einfach. Das war so klar. Es konnte nicht anders da kommen. Bei Mario Party 4 war es gefühlt immer der Rote am Anfang. Ah, das ist meine. Boah, ich hasse Nova so sehr. Nein, was soll ich denn jetzt nehmen? Das ist beides hässlich. Ich hoffe. Ich habe dich gerettet. Okay, ich habe mich gehofft. Okay, danke. Ich kann dir was zum Gelb nehmen. Oh, ich habe mir jetzt ausgedacht. Ich muss den nehmen. Du musst gewinnen für mein Opfer. Nein. Ja, so viel dazu. Ja, weil Nobarra hat ihn ja verpestet letzte Runde. Das kommt davon, wenn du den unbedingt haben willst. Das wollte er so. Es ist einfach wieder Nobarras verdammtes Glück. Das ist so eklig mit diesem Rüssel, wie der vibriert. Das ist so widerlich. Aber er ist bestimmt schleimig gewesen, der Scheiter. Mit dem Rüssel, da ist bestimmt richtig viel Schleim drin. Viel Schmodder drin einfach. So Luna, hol dir jetzt den Stern bitte. Ich bin für eine Eins. Alter, sie hat es einfach gecallt. Ich versuch's trotzdem. Ich gebe Mühe. Ich gebe schon so lange Mühe. Oh, es reicht nicht. Warum macht ihr es um diesen Stern so spannend? Hör doch mal auf damit. Ich habe nicht mal genug Geld. Oh, smash bitte ein Kampf in the game oder so. Oh, mir wird's warm. Oh, das ist große Revolution. Oh, das ist schön. Warum ist der? Was ist das denn bitte? Ich komm nicht dahin. Du kommst nicht den beiden nicht in Runde pürflich. Ich mach eine Eins. Ja, dann können wir beide wirklich so ein Duell machen. Bestimmt, ja. Weißt du, Mario muss doch voll ernst bleiben, ey. Ja, ja, ja. Mario ist einfach nur da, der existiert. Mario ist ein Opfer. Ja. Dann willst du auch noch in unsere Ecke. Die gute Ecke. Komm. Oha. Er will Stern klauen. Ich hatte gerade die Pistole. Was denn? Wie komm ich denn drauf auf den Weg? Okay, let's go. Oh, Duell, Novara. Ey, das gibt's doch nicht. Oh, was macht ihr da drüben, bitte? Das auch nicht. Ist das die neue Ecke oder was? Jetzt können wir es endlich austragen, Novara. Und sonst wissen wir heute. Das ist ein Duell. Jetzt sag mal, wie viele Duell-Mini-Spiele hatten wir jetzt in dieser Party schon? Hä? Ich will das auch nicht, hallo? Aber irgendwie kommst du halt immer dazu. So, was darf ich diesmal spielen? Was darf ich diesmal spielen, ne? Oh, Gott. Ich trauig. Ja, super, Novara. Mach das bitte im richtigen Spiel genauso. Ich hab gar nix gesehen. So, Novara. So, Novara. Jetzt können wir es endlich austragen, wie unseren Twist. Von den letzten Stunden. So, das ist jetzt endlich mal die Rache hier für alles. Das ist die Rache für alles, was du mir angetan hast auf der Torte, Freund. Die Rache. Was ist das, was du irgendwann so weit kommen würdest? Kampf der Giganten. Du konntest einfach auch nicht vor mir fliehen. Ich hatte einfach ein Ziel. Und das habe ich jetzt erreicht. Jetzt musst du nur noch... Weißt du, wir haben Vario seitdem nie wieder gesehen. Weißt du, der hat uns dramatisiert. Ja! Ja! Oh, ich besiegt Leute. Du hast es geschafft. Ich bin stolz auf dich. Meine Isekai-Reise ist vorbei. Ich hab den Dämonenlord bezwungen. Ja. Oh. Oh. Was für ein komisches Duell. Oder so zum Schluss. Jetzt kann ich mir den... Oh, bin ich viel. Oh, cool. Oh, Mann. Oh, yeah. Oh, will mit Gebrüll. Felskoller. Felskoller. Oh, ich darf scheiße Zeug sein. Oh, ich darf scheiße Zeug sein. Das muss das wieder zickstecken. Au. Nein, lass das. Atme. Ich verlob. Ich muss es nochmal sagen. Ich muss es nochmal sagen. Die Textur hier vom Boden, die sieht einfach krass aus. Oh. Ja, die sieht besser aus als ein Pokémon. Ja, das ist ja auch keine große Kunst. Aua. So, Nobara, gib dir Mühe. Du wurdest jetzt bereinigt. Du könntest ein neues Leben führen. Du könntest das Reverse-Easekai machen. Wow, das war mein Leben als Dämonenlord in der neuen Welt. Danke, Nobara. Ja. Du hast einfach den Redemption-Arc jetzt. Dämonenlord? Ja. Dämonenlord. 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 Oh Gott. Du wurdest bereinigt, Nobara. Das ist doch auch ein Sieg. Ja. Deine schwarze Seele wurde bereinigt. So, jetzt darf jemand sonst einen Stern erhalten. Ah, hallo. Danke. Oh, ein Glück. Ja, so mächtig wärst du mal nach hinten gefahren mit dem Auto. Ja, na. Es wird dein Körper mal belohnt, wenn man damit fährt. Tja, selbst schuld. Hättest du haben können. Ist ja deiner gewesen. Ja. Oh, ein großer Feld. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ja. Du hast dich so abgegrenzt von uns. Ist ja egal, tut einfach mit. Ja, und frag dich mal warum. Smashy, du liebst das Monster-Spiel. Das ist einfach die beste Map in dem Spiel. Das sagt dir immer wieder. Oh, Mann. Ihr seid doof. Hörst du den Stern glitzern hinter dir? Voll smashy ist einfach gar nichts passiert, das ganze Spiel so. So, wer von euch ist der Galakmeierter? Ha, komisch. Wen würds nur treffen? Hm. Ja, wen würds nur treffen? Kann ich sein, dass noch ne zweite Person einen Stern hat. Nicht auf Rosalinas Map. Ach, lecker. Ach, lecker. Ach, geht nicht feucht. Wieso? Sei bereit. Alter, Yuki, geh mit dem scheiß Duellhandschuhe weg. Duell. Oh! 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 Nee, du klaust mir jetzt den Stern, du Lachsack, ey. Oh! 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 Oh, Mann. Oh! 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 Das wär so gut gewesen, das wär so Karma gewesen. Nächstes Mal! Nächstes Mal! Güte dich! Oh! Ich mach's so weit, damit ich auch... Oh! 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 Was ist denn los mit dir? Weiß ich auch nicht. Schon wieder alle gegen mich. Meine Hacken tun halt weh. Okay, ich hab verkürzte Bänder. Haha! Na, flüssig bleiben. Das ist schon lange. Ist aber wirklich so, in der ersten, in der ersten Party war Luna die Gearschte, in der zweiten Party Nobara und jetzt bin ich hier der Gearschte, oder was? Ey, Yuki ist der Gearschte. Was? Alle am Arsch. Oh, guck mal, er fährt uns, unser Cha... unser Chauffeur. Ja, fahr mal ein bisschen schneller, Mensch. Sponsor mich! Sponsor mich! Ja, sagt, den will ich haben. Ich hab ihn. Alles. Oh, haben wir nur dieses Personal gefunden, ey. Oh, das Personal ist echt schlecht. Du, ich hätte es nicht mehr Mühe gegeben. Ja, alle, ich hätte es nicht mehr Mühe gegeben. Ich hätte es nicht mehr Mühe gegeben. Ich hätte es nicht mehr Mühe gegeben. Nein! Nein! Hallo, es sind ja gerade drei Frauen hinterher. Mach doch mal, mach doch mal. Ich zieh meinen ganzen Harem hinter mir her. Ja. Ach, wärst du jetzt noch Daisy, das wäre so gut gewesen. Ja. Ich bin hübsch genug. Die nächste Runde. Oh Gott. Ja, genau. Oh nein, jetzt gibt's noch mal die Chance, dass er zu Slashy kommt. Ja, ich hoffe nicht. Luna, gönn mir doch auch mal was. Du hast doch einen Stern. Ja, Luna hat vier. Und das ist nicht mal deine. Weißt du, das ist auch Lunas eigentlich. Ja. Da stand mein Name drauf. Luna hat ihn nur für mich auch bewahrt. Weißt du, wir sammeln für Luna hier die Lumas und du klaust einfach rein. Ja. Ja, genau. Das war mein Luma. Mein Schatzi-Luma. Das ist kein Luma, das ist ein Power-Stern. Das war vielleicht mal ein Luma. Oh, 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 oh. Hey, da war ich eben noch vor sechs Runden. Ja. Du hast kein einziges Mal geschafft rumzukommen. Ich komme ja noch mal zum Itemladen in der letzten Runde, wo es nichts mehr mehr ist. Ich brauche Duell-Handschuhe. Ja, ne? Ah. Das ist es mir wert. Ah, jetzt will sie mir noch Münzen klauen. Oh, oh, oh. Das war kein Stern mehr klauen, aber wir wenigstens Münzen. Du bist doch so ne doofen Nuss. Ist sowas von egal. Das hast du so verdient. Wieso? Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Ah, verdammt. Geil. Cool, sechs davon verliere ich jetzt. Doch. Ja. Irgendwo muss sie ja ihre Rente herkriegen. Ach. Würfel. Zwei. Ach, warum hast du keine Eins geworfen? Ja gut, ist auch okay. Was ist das für eine Zahl? Die kenn ich gar nicht. Eins ist deine Zahl. Du kennst nur Eins. Ja. Ja. Ja, ist die wahre Nummer eins. Oder war? Die und ich sind einfach nicht sehr weit gekommen. Du bist doch schon ne Runde gelaufen. Ich bin... Was willst du von mir? Ich bin ein Stück bis nach vorne hingekommen. Ich bin zurückgegangen. Novo hat mich abgeholt. Ja, nachdem sie gepurcht wurde. Oh, 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 oh Gott. Wo stehe ich? Wo steht hier? Just for the lull. Boah, dafür wirst du auch noch so viel zu in die Länge ziehen hier. Was? Ich würde die Lese anmachen. Ja, komm. Das ist meine Party. Ich darf mal alles in die Luft jagen. Das war alles in die Luft. Galle Clam! Wunderschön. Was, wir haben jemanden erwischt? Ja, weil du scheiße bist. Oh! Nee. Oh! Oh! Es gibt ja keinen Stern da drin. Eigenglück. Ey, das wäre doch jetzt geil gewesen. Die letzte Runde, ey. In der letzten Party für dieses Projekt ist einfach mal noch ein Stern drin gewesen. Ich drück jetzt so hart. Hab' ich noch nie A gedrückt. Natur ist Joki. Oh, das hat sich gelohnt. Wow! Hat dir mal eine hohe Zahl gewürfelt. Oh, ohne 10 wäre das nicht gewesen. Oh, so krass. Oh, wie schade. Das tut mir jetzt überhaupt nicht leid. Oh, schade. Oh, das verpälscht jetzt voll die Statistik. Mit den gelaufenen Feldern. Wir müssen minus 9 rechnen. Minus 8. Minus 8. Hast recht. Ach, Dresinen-Wahnsinn. Oh Gott. Das ist die Frage. Muss man sich da in die Richtung denken, wo man hinfährt? Also, wo die Kurve geht? Oder in die entgegengesetzt Richtung? Wenn die Kurve nach rechts geht, musst du nach rechts drücken. Okay, okay. Sonst fliegst du aus der Kurve. Das hört sich ganz lustig an. Ich wünschte, ich hätte jetzt einen Controller mit Turbo-Button. Warte ich mal schnell an. Ja! Wir waren zu schnell. Können wir auch eigentlich langsam fahren, oder? Komm, lass mal geschehen. Oh, ja. Zieht's in die Länge. Schneller können wir nicht. Schneller können wir nicht. Ja, genau. Bremsen, bremsen. Ich habe gerade gedacht, ich bin Rosalina. Ja, habe ich eigentlich auch gedacht, dass ich mit dem war. Ich dachte, ich bin links mit Nobara. Was? Ja. 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 Ich habe die ganze Zeit auf Rosalina geguckt und dann so. Jo, läuft ja alles gut hier. Du Eumel! Ich spiele sonst Rosalina halt. Das war doch romantisch. Oh Gott, ey. Alter. Ey, jetzt bin ich ein Minispielbonus hier ab. Wer kriegt den? Das ist eine Wahnsinn einfach gewesen, die Rolle. Ja, klar. Genau. Unglücksbonus. Ja, hier. Morbara? Morbara? Ja. Ja, Alter. Ein Stern. Ja. 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 Ja, wer hat wohl gewonnen? Ja. Neh mich mit. Öh. Ich geh dann mal. Öh. Öh? Weiter was? Morbara, du bist weiter. Nein. Was denn? Doch. Und jetzt weiter. Warte, du mein München hast. Achso. War doch eine schöne letzte Party. Das wäre komisch. Mesh, wir lieb es einfach jedes Mal mit uns zu spielen. Richtig schön von hinten. Mario ist so, den Pilz muss ich haben. Den kann man aber sicher richtig gut in Birdo reinstecken. Der hat so die beste Form. Mal weiter, Nobara. Ich bin so fertig. Einfach mal drei Runden Mario Party an einem Abend. Was? Ich hab null. Ich hab echt einen. Hatte ich mein Item? 34 Felder bin ich gelaufen. Und neun davon sind in der letzten Runde gewesen. Das ist traurig. Alter, die Linie. Lunas Linie hebt sich ja total ab. Ich bin konstant. Yuki ist einfach konstant unten. Das sieht ja auch an wie die einfach nur zum Schlusssache so plupp. Ey, was war das für ne letzte Party. Das war schön. Ja. Das war ne gute Party. Hat sich auf jeden Fall gelohnt mitzuspielen. Ja. Auf jeden Fall voll angesprochen. Ist doch gut, dass du nicht schlafen gegangen bist. Boah. Komm, hör auf, ey. Über Zeit, dass ich ins Bett komme. 34 Felder, Noah. Das ist irgendwo traurig. Im Schnitt drei Felder für uns. Selbst für zehn Runden. Der eine Stern, der mir geklaut wurde, wurde nicht mal in der Linie angezeigt. Kein Bild nach unten oder so. Selbst dafür, dass es nur zehn Runden waren, sind 30 Felder ziemlich mager. Das ist unglaublich. Und wir sind neun davon in der letzten Runde. Ja. Das ist doof einfach. Tja. So ungleich doof. Oh, gal, ey. Liebe Leute. Das war die letzte Party für dieses Projekt. Ja. Ja, ich weiß, ihr seid alle voll traurig. Bis zum DLC in zwei Monaten. Boah, ne. Ja, aber. Jetzt mal Frage an euch. Wie hat's euch denn gefallen? Allgemein. Also wir hatten jetzt die geilsten Runden des Spiels bisher. Ja. Also so gesehen ein würdiges Finale. Das waren super Runden. Ja. Ja. Wir hatten sehr viel Spaß. Ja. Wir haben viel gelacht. Und vor allem viel geweint. Äh. Äh. Aber ja, letzten Endes. Ja, ich geb auch zu. Es hat mir Spaß gemacht. Na also, du bereust es doch nie, wenn du mit uns spielst. Wie hat das zugegeben? Ah, ich geb's ja zu. Fürs Ende des Let's Plays. Oh. Ja. Liebe Zuschauer, ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Damit endet dann Mario Party Superstars auf meinem Kanal. Falls, wie Yuki es gesagt hat, nicht doch noch irgendwie mal ein DLC kommen sollte. Never. Ja, das nächste Projekt wird dann in den Startlöchern stehen. Was es sein wird, werde ich natürlich noch nicht verraten. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Was auch immer das sein wird. Nochmal danke an alle, die hier teilgenommen haben. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Dann denkt daran. Immer schon zocken. Ciao. 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 Ciao.